Hey, was geht Bruder, was los, ey? Ich sag dir eins, ich find das voll krass, was jetzt gerade so los ist hier in Deutschland. Vor einem Jahr, wenn du nur 31er warst, warst du voll Arschloch, ne? Aber heute bist du voll Pro. Ich versteh das nicht, weißt du schon? Bloß wegen Corona muss ich zu 31er sein, oder was? Find ich schon ziemlich krass. 31er, voll die Verräter, weißt du? Alle schwärzen anderen an. Obwohl das mit Corona, ey, wenn du guckst, andere Videos von mir, dann wirst du sehen, ey, das ist überhaupt nicht, da ist kein Problem, weißt du? Das ist wie Grippe. Weißt du, bei Grippe war es auch kein 31er, ey, der hat keine Maske auf, da gab es gar keine Maske. Versteh ich nicht, musst du mir erklären. Wenn du es verstehst, ich versteh es nicht, aber ich find 31er immer scheiße, weißt du? So weit. Jetzt schreib mal deine Meinungen da in meine Kommentare rein. Ey, und lass mir ein Abo da. Und guck andere Videos. Ey, guck andere Videos, sag ich dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.